Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Annie Spielplatz. Ich bin jetzt hier an der MOBA und ich gehe jetzt an die Bricklife. Mal schauen, wie es dort ist. Die weltgrösste Lego-Ausstellung momentan an der MOBA. Ja, ich gehe jetzt einfach mal rein. So, jetzt stehen wir oben an der Bricklife. Hier hinter mir, seht ihr? Das ist die ganze Bricklife. Und da gehen wir jetzt hin. Also, jetzt sind wir da im Bereich, wo es viele Modelle hat. Zum Beispiel sowas. Da hat es so ein Militärschiff. Hier von vorne. Richtig grosse Sachen. Dann haben wir hier alles Mögliche an Orten. Hier haben wir Züge. Und jetzt will ich euch meinen persönlichen Favorit zeigen. Also, ich habe es nur von Weitem gesehen. Und zwar ist das riesig. Seht ihr es? Das riesen Rad. Das ist einfach riesig. Also wirklich riesig. Ich stehe hier davor und komme richtig rein. Das ist wirklich super. Ich bin jetzt schon begeistert. Mal schauen, was noch alles kommt. Es hat hier einen riesen Mammut. Schaut euch das an. Das besteht aus einer viertel Million Lego-Teilen. Und ist einfach riesig. Es hat hier auch Säbelzahnzieger, alles so an sich gesagt. Und auch. Es hat wirklich ganz cooles Zeug. Man hat hier so Lego-Boxen. Riesige Boxen. Da kann man reinsitzen. Seht euch das an. Da hat es tausende von Lego-Steinen drin. So cool. So cool. So cool. So, das war's erstmal von der BrickLive, wir gehen langsam wieder nach Hause, jetzt kommen noch Fotos, hier vorne, da kann man noch einkaufen gehen, also dann bis zum nächsten Mal, wenn ich spiele, Platz Tiddly!